Hallo Leute, ich wollte euch wieder was Spezielles zeigen zum Thema Covid. Also, es ist was sehr Interessantes. Es wird euch vielleicht nicht interessieren und übrigens, nein, ich habe kein Covid, es geht mir gut. Ich habe gedacht, ich habe es vielleicht. Darum habe ich das jetzt im Titel geschrieben, um eure Aufmerksamkeit nur zu kriegen, ich bin gemein. Aber naja, es ist nicht wirklich ein Clickbait. Es ist mehr so, dass ihr seht, was gibt es da, was keiner beachtet hat. Weil in Deutschland beschäftigt das schon die Leute, wie viel die Bundesregierung ausgibt an Kampagnisierung. Und ich nenne das in Österreich ja Dauerbeschalung viel mehr, weil vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Radio hört. Ihr wollt nur in Ruhe schöne Musik hören und alles. Oder chillen. Und dann hört ihr auf einmal diese Impfkampagnen, diesen Corona-Mist. Es nervt ja irgendwann. Ich sage ja gar nicht einmal, dass es nutzlos ist. Aber wenn man das hunderte Male hört, also wenn man es einmal hört, ist es vielleicht noch informativ. Aber wenn man das dauernd hört, dann kommt einem das Kotzen. Und ich habe jetzt zufälligerweise diese Webseite gefunden, die heißt offenevergaben.at und die listet viele der Ausgaben vom Bund und so. Also da kann man zum Beispiel sehen, dass Anfang der Corona-Pandemie beispielsweise Laptops bestellt wurden von Wirtschaftskammers Steiermark, von Lenovo, also Lenovo Laptops und so etc. etc. von gewissen Firmen. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Was mich interessiert hat, weil ich gesehen habe, dass sie schon bei Kampagne Phase 34 sind. Es gibt diese Corona-Aufklärungskampagne schon sehr lange. Und zwar schon seit 27. März, sehe ich da, 2020. Und mich hat interessiert, wenn die letzte im 7. Juli diesen Jahres war, also 2022, und manche davon verschlingen zum Beispiel 3,7 Millionen. Wie viel wurde eigentlich mit diesen Werbekampagnen, die man zum Beispiel im Radio hört, im Fernsehen, wo es vielleicht auch Inseraten, Zeitungen gibt, ich weiß nicht alles, vielleicht sogar online, ich weiß nicht. Wie viele Millionen wurden dann erst eigentlich seit Corona ein Thema ist in Österreich und seit der Maßnahmengesetzung, wie viel wurde da eigentlich erst ausgegeben? Und das ist genau, was wir jetzt heute erfahren werden. Und wie gesagt, offene Vergaben.at, da habe ich diese Daten her. Und das Interessante vielleicht ist noch als neben einem Aspekt, das sind nur die Ausgaben, die das Bundeskanzleramt getätigt hat. Also von der Stadt Wien oder von irgendwelchen Wirtschaftskammern oder, naja, Krankenkassen, wie heißt sie, österreichische Gebietskrankenkassen, das ist alles da noch gar nicht eingerechnet, die ja auch zum Staat dazugehören. Also das ist nur vom Bundeskanzleramt, also wo zum Beispiel Sebastian Kurz, Alexander Schalenberg und jetzt Karl Nehammer gesessen sind, im Prinzip die Aufträge erteilt haben, glaube ich. Und es ist interessant, am Anfang war das eher so mehr oder weniger eine Company oder ein Paar und das hat sich dann ein bisschen geändert über die Zeit, weil jetzt kriegt sehr oft Mediacom-Aufträge. Aber was jetzt spannend ist, also in diesen zwei Jahren und fast nicht ganz vier Monaten ist eine Summe zustande gekommen von unglaublichen 28.240.562,79 Euro. Also so viel wurde in Corona-Aufklärungskampagne der Bundesregierung seitens Bundeskanzleramten oder zusagen gesteckt. Sei es da, 3G steht da, Kinderimpfung, dritter Stich, alles mögliche. Ich glaube auch einmal, war über Homeoffice sowas. Aber das ist, wie viel Geld da reingesteckt wurde. Und ich meine, warum beschäftige ich mich damit? Es geht mir nicht um Transparenz, weil ich meine, das ist eh transparent. Aber es geht mir darum, dass man das einmal sieht, wie viel Geld da reingesteckt wurde. Das sind fast 30 Millionen Euro, die nur in Infokampagne allein gesteckt wurde, damit Leute aufgeklärt werden. Und viele haben da die Schnauze voll und wollen das eh gar nicht mitkriegen. Ich zum Beispiel, ja. Also diese Werbekampagnen, weil ich mich auch zum Beispiel, hätte man nicht dieses Geld können, sinnvoller verwenden. Und ich sage das jetzt gar nicht mal im Zusammenhang mit momentanen Situationen mit Teuerungen und alles mögliche. Und dass es immer heißt, wir müssen ein paar hundert Euro bedürftigen Menschen geben und so. Ich sage das einfach wirklich so, wie ich es meine. Also dass man, wenn man Politiker ist, hätte man da nicht können, sinnvollere Sachen damit machen. Vielleicht zum Beispiel Straßen bauen oder, ich weiß nicht, in das Gesundheitssystem investieren. Dass es zum Beispiel gar nicht erst diese Notlage gewesen wäre, dass wir zu wenig, dass die Krankenhäuser überfordert gewesen wären. Ich denke schon. Ich meine, man hätte zwar nicht alles Mögliche damit können verhindern, aber auf jeden Fall wäre es definitiv möglich gewesen, es besser zu machen. Also es waren eigentlich zwei Seiten, 29 Kampagnen. Und ich habe die jetzt auf ein Excel-Sheet zusammengeschnitten. Ach, scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, jedenfalls. Ja, wenn euch das interessiert hat, lasst einen Kommentar da und müsst ihr natürlich nicht. Und was sagt ihr zu diesen 28,2 Millionen, die in die Aufklärungskampagne von Corona bisher seitens Bundeskanzleramt investiert wurde?